Ja, da haben wir mal wieder was gelernt. Mit Dr. Space. Ich meine, i333 ist doch legit. i333 ist halt absolut gar nichts. Aber ein 900 Follower, das scheint zu funktionieren. Ja, okay. Ich meine, Scooty zum Beispiel ist ein Name, den hörst du nicht mehr. Den kann man sich merken, der ist nicht zu lang. Und ich glaube nicht, dass es so viele Leute gibt, die wirklich zu heißen. Also, ich kenne keinen anderen. Ping. WTF are you going? Oh, scheiße, ich bin Jumpmaster. WTF are you going? Und jetzt gibst du sie ab? Ja, ich hab nicht gedacht, dass ich es bin. Oh, du willst hotlunnen. Nee, eigentlich wollte ich El Rancho lampen. Fick El Rancho, da gibt es nichts. Ja, und ne Beak. Ne Goldene? Nein. Dann furcht mich. Und hier ist ein 3er Mech. Ein goldenes? Das wäre komisch. Wolltest du jetzt echt sagen, die 3er Amor war es das jetzt? Nein, du hast ja in der Box vergessen. Oh, fuck me. Ja, ich weiß. Never mind. Wait, was kann denn hier noch was sein? Oder hast du eine goldene Seite gefunden? Nein, nur die 3er Amor. Hier unten kann was sein. Was ist auf der? Oh, we got fucking bamboozled. Wait, hab ich was übersehen? Weiß ich nicht, Mr. Moritz. Wait, respawn. What are you doing? There's supposed to be a golden fucking item here. It zählt. It zählt Repulsa auch noch? Nee, ne. Nee, nur wo der Kreis ist. Ja, aber wir haben alles durch. Jede Binde ist auf. Ich war hier in dem Kabuff. Fuck you. Wir wurden echt bimbuselt, alle. What the fuck is this shit? Ja gut, dann war es halt echt die 3er Amor. Was eigentlich unlogisch ist, weil das nicht sein kann. Ich brauch den hier. Well, das hier ist die... Fuck this one, honestly. Fuck, respawn. There was supposed to be a golden item here. Old. Hammer. Nee, da tiltet mich jetzt. Hier ist sowas. Was soll ich scheiße? Hier ist sowas. Nee, report. Also hast du Server reporten? Ja. In Counter-Strike konnte man früher Server reporten. Das ist aber noch gut. Wenn die pure performance hatten oder so. Ich bräuchte mal ein Backpack. Und was bringt es dir, wenn du dann so ein Server reportest? Gar nichts. Absolut gar nichts. Mit Streamer ist das mal Disconnected. Absolut gar nichts bringt das, Moritz. Das ist ja der Fing. Was war der Sinn dahin? Hammer Punch? Keine Ahnung. Gar nichts. Hier ist sowas. Hast du für Waffen? Prowler P20. Ich hab die Hammer Punch gepinkt, wa? Ja, ja, ich weiß. Ich hab die Dipsig jetzt auch. Ich kann dir 40 Light-Termore anbieten. P20 brauche ich nur einen Stack. Oh, und wieso ist der Mate jetzt weg? Ich hab' gesagt, der ist Disconnected. Ja, aber... Warum? Ich hab' gesagt, wahrscheinlich weil da ist Server-Lag bei ihm. Ich hab' so'n rotes Zeichen. Also würde ich davon machen. Ich nicht, deswegen. Ja, hierzu glaub' ich auch nicht mehr. Ja, das Server ist... ...n bisschen kackig, glaub' ich. Ist rigged, das Server? Ja, reportet. Wir müssen ein bisschen laufen, also... ...let's go. Ich bin decent equipped, würd' ich sagen. Ich hab' nur nicht so viel Money. Ich bin scheiße equipped. Der Ding kann ich tatsächlich nicht gebrauchen. Ja, ich schon. Achso, du hast ihn nur gebringt, okay. Nur zum Flexen, ja. Ja, das gehört doch dazu? Aber das kann nicht. Nein, das gehört nicht dazu. Wenn da der Kreis war... Wait, hier. Das war noch nie so, dass da... ...weil, ne? Kein Gold, all ja. Ah, hier haben wir auch keine Aufsätze, oder? Ich bin ein Pro-Less-Verg. Ja, die Problem. Ja, die Problem. Nein, nicht für mich, pal. Boah, das Hanuta war schon geil, Alter. Fick Hanuta. Haselnus-Tafel. Select Fire. Hab' ich schon. Naja. Ich hab' das Gefühl, irgendwann gibt's nen 4er. 4er Max. Depp's. Chips, Alter. Fuck yeah. Ich salutiere. Du bist halt immer noch da ganz hinten, Alter. Na, so weit ist es ja nicht. Ja, das stimmt. Und ich warte auf dich. Jetzt hab' ich das Zeichen wieder. Ja. Purgas. Irgendwie hab' ich aber das Gefühl, dass auf der Map ich weniger Damage mache als auf der anderen. Weniger Damage? Bist du retarded? Ja, also overall. Eigentlich müssten wir grundsätzlich mehr Damage machen, weil die Map kleiner ist, aber ich weiß nicht, ich hab' das Gefühl, die Damage Mission hätte ich jetzt schon auf der anderen Map hatte. Also, ich glaube, das ist big BS, was du gerade redest, Moritz. Keine Ahnung, wie man auf einer kleineren Map weniger Damage machen kann. Cause people are dying faster. Das ist ein Point. Wir sind unknocked. Keine Ahnung mehr. Naja, lasst mal nicht so deep gehen, weil wir sind hier in der Mitte von zweien. Der hab' ich richtig gemeldet, Leute. Warte, ich versuch' ihn abzuwerfen. Ich push' ihn, okay? Ja, mach, 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 hier. Von rechts. Links. Ammo broke, ich push' ihn. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein. Oh, nein. Ja, ich muss mich heilen. Der andere ist auch los. Zwei Sekunden, eine Sekunde. Er ist weg. Er heilt ihn hoch wahrscheinlich. Nein, nein. Ich hab' ihn gesilenced. Keine Ahnung mehr. Ja, ich push' ihn. Keine Ahnung. Okay. Wo ist er? Hier drin? Oh, nein. Oh, nein. Nein, doch nicht. Du hast mich gepatet. Sie sind hier. Keine Ahnung. Ich hab' ihn gefinished. Ja, unsichtbar. Jetzt hab' ich dich, du Wichse. Nach unten. Nein, doch nicht. Der hat wieder Armor-Models. Jetzt keine Armor mehr. Ich nehm' die Armor. Oh, du Mixer hast alles genommen. Ich brauch' Muni. Ich brauch' noch einen Stack. Dann nimm' dir Muni. Ich geh' zu dem anderen Boy. Wir sollten vielleicht zu dem gehen. Weil... Das sind die Letzten. Ich habe einen fucking... Ja, lass mich kurz mal mein Schild halten. Okay. Push' ihn. Hat der Heavy gehabt? Keine Ahnung. Ähm... Hast du Light für mich? Ich hab' nur noch 23 Schuss. Nein. Oh, hier. Er hat. Er hat. Egal. Alles gut. Army? Ja, ich bin gleich da. Ich komm' zu dir aufs Dach. Hab' einen gesilenced. Unter dem Auto sind ich. Ja, ich weiß. Einer hat Wingman. Blaue Armor. Gibraltar, keine Armor. Ah ne, doch. Immer noch. Der Rah'n weg. Schnaich, Alter. Warum sind die weggegangen? Warum sind die weggegangen? Hat keiner Heavy-Emmo? Er wurde respawned. Der ist aber gut. Lass ihn. Sehr gut. Der Typ hat nichts. Ich versuch' ihn aus Dings zu holen. Abzuschießen. Knall ihn ab, knall ihn ab. Minus 37. Ah, ich hab' ihn einmal getroffen. Oh fuck. Du bist ein Idiot. Auf dem Schilf, oder? Aua! Muss mich heilen. Wir müssen hier weg. Hier kann man stehen bleiben. Kann man? Oh fuck. Ich geh' runter ins Haus. Du hast keine Armor, wa? Da sind zwei. Einer geht silenced. Ich komm'. Ah, diese Affe. Im Haus. On me! Ich hab' Gibraltar. On me ist einer ohne Armor. Unterm Haus, I guess. Ja, ja, die Wrave ist unsichtbar. On me ist die Wrave. Hab' ich. Nur noch der ohne alles. Ich finish sie. On me, on me! War das Back-to-Back? Nein, das war nicht Back-to-Back. Nein, das war nicht Back-to-Back. Das war die bessere Runde. Ich glaub' ich hab' weniger Damage gemacht. Ja, okay, für mich war's die bessere Runde. Ja, war's. Null und Null. Ja, das ist, das sind mal wieder OG-Runden, Alter. Aber wie viel Damage brauch' ich noch? 100!